Gut, dann könnten wir jetzt die Quest noch annehmen für Kampfmagier. Müssen wir nach Äthli, ne? Äh, da muss ich, da war ich auch schon mal, rette die Zwerge, den roten Zwergen, das müssen wir auch machen jetzt mal, kommen wir nämlich schon mal weiter. Wie kommt man denn jetzt nach Äthli? Das Gute ist jetzt auch bei dem Update, dass ich hier die Seite öffnen kann und raustappen kann und dann mal irgendwie was nachschauen kann, zum Beispiel wie man da hinkommt. Am besten. Wenn er dann lädt. Äh, wir sind jetzt ja gerade hier. Und wir kommen da mit dem Schiff am Montag und Freitag hin. Und ich sag jetzt schon, dass es nicht Montag oder Freitag ist. Wahrscheinlich Mittwochs. Ist das hier, Kalender, Kalender. Oh, Freitag, was ein Glück. Man muss ja auch mal Glück haben, ein bisschen, ne? Bisschen Glück muss auch mal dabei sein. Mahlzeit. Manchmal ist der Sound auch echt nicht so gut. Wo kriegen wir jetzt nur die Quest dafür her? Sperrexperte. Nein. Sechster sind Experte. Dafür fehlt dir zwei noch. Gut wäre auch, wenn wir noch Schwert-Experte finden. Aber das war ja nur im Forest, meine ich, ne? Wie kann ich helfen? Geht den Pfad des Lichts. Bringt Spenden eigentlich irgendwas? Oder ist das mehr oder weniger rausgeschmissenes Geld? Axtexperte. Leder-Experte. Bist du schon Leder-Experte? Sagst du kriegst nicht mal Leder, ne? Oh, Ausdauer permanent. Wenn das eh für jeden geht, anstatt dass man nur einmal reinklicken muss und die ganze Gruppe direkt das bekommt, ne? Luftmagier-Meister. Oha. Oha. Wird nur der Rüstungsschmied sein, Waffenschmied und so. Ich will den nicht wieder verärgern. Die allerbesten Waffen. Okay, wenn der jetzt ein Top-Bogen ist, dann nehme ich den mit. Aber hast auch nichts Tolles. Der ist natürlich... 1200? Bist du geschnappt über? Dann verärgere ich dich lieber. Kann ich was verkaufen? Ne, ne? Oh, nicht meckern. Bis bald, ihr Geiz-Hilse. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Echt, ey. Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? Oh, der wird jetzt auch mehr kann wieder. Oh, der Kettenpanzer, der wär's, ne? Oh, oh. Königskrone. Gibt schon ganz coole Sachen, ne? Aber ich will die selber finden. Du redest doch... Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Zweimal der gleiche Laden auf beiden Seiten. Äh, oh. Da sind noch Äpfel drinne wahrscheinlich. Oder Proviant zumindest. Würde ich gerne noch mitnehmen. Oh, sogar ein Ring. Ganz nett. Aber unnütz. Geistesresistenz. Oh, schön. Den kriegst du einfach mal. Kettenmeister. War das kein Wein? Ino... In rotanischer Wein. In rotanischer Wein. Und das Club kommt von ganz klein. Wem soll das denn nützen? Stark, Großmeister. Hier sind nur diese komischen Wilden. Willkommen in der Körpergilde. Könnten wir nochmal gucken, ob hier ein schöner Zauber jetzt mittlerweile dabei ist. Kraftteilung. Gibt gesamte Gruppe gleichzeitig verlorene Trefferpunkte zurück. Zehn Trefferpunkte plus fünf Trefferpunkte pro Fähigkeitswert. Kann ich aber erst ab Großmeister. Boah. Aber habe ich das richtig verstanden? Gibt der Gesamtgruppe gleichzeitig verlorene Trefferpunkte zurück. Und zehn Trefferpunkte plus fünf Trefferpunkte pro Fähigkeitswert. Aber der ist doch eh... Heilt doch eh hoch, oder nicht? Warum denn nochmal Plus oben drauf? Kriege ich denn für kürzere Zeit mehr? Nein. Das macht ja keinen Sinn. Aber den... Auf den habe ich ja... Den will ich haben. Regeneration wollte ich mir noch kaufen. Was? Auf jeden Fall. Oder habe ich mir das schon einmal gekauft? Nein. Immer mal so wieder sicher gehen. Geist-Körper. Nein, 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 nein. Habe ich mir nicht gekauft. Willkommen in der Körpergilde. Oh, schön. Der... Der kauft halt gut. Willkommen in der Gilde des Geistes. Hirnschlag. Was ist da denn? Ähnlich dem Nervenschock. Wird im Ziel dieses Zauberschaden durch die Kraft des Geistes zugefügt. Jedoch erheblich größere Maße. Hirnschlag verursacht 12 Punkte. Oh, der ist gut. Irrsinn heilen. Könnten wir ihn mal endlich wieder befreien von Irrsinn, ne? Obwohl wahrscheinlich nicht mal... 8500 wollen die dafür haben. Dafür finde ich... Obwohl bei denen wäre natürlich Irrsinn wiederum gut, wenn ich das wegmachen könnte, ne? Lähmung heilen. Hatte ich das schon? Was war jetzt... Willkommen in der Gilde des Geistes. Geistes. Furcht verjagen? Ne... Nö. Willkommen in der Gilde des Geistes. Denn Lähmung muss ich mir auch mitnehmen. Kann ich eh erst ab, Meister. Dann brauchen wir das doch gar nicht... Brauchen wir das gar nicht erst holen. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Warum? Kannst du das nicht? Ich probiere es gleich mal. Ist das auch erst ab... Ist auch erst ab einer höheren Fertigkeitsstufe? Ah, Mann. Äh, das ist natürlich jetzt blöd. Was eigentlich, warum wir hier waren, haben wir noch gar nicht. Das Kampfmangel, das wollten wir. Und jetzt können wir eigentlich in die Wüste... Können wir jetzt eigentlich hin. Gehen mit dem Geistes. Oder nach Harmon Dale. Gehen wir natürlich auch hin. Und mal die Arena mal wieder besuchen. Äh... Kommen wir hier? Nach Harmon Dale von der... Lage aus? Äh... Wir sind jetzt... Hier. Armon Dale geht von hier nicht. Okay. Ach stimmt. Hat er ja kein Boot. Stimmt, 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 stimmt. Dann... Ah, 212 ist schon viel, ne? Ein Geh hoch und sieh hoch. Es ist Samstag und morgen. Wer... Kann ich von hier auch in die Arena? Kutschenbringern immer sonntags noch. Ach so, das ist da immer teuer. Okay. Gut, jetzt habe ich das alles schon gekauft. Oh, wenn ich dann jetzt wieder in Harmon Dale bin, so passe ich das wieder auf einen Tag. Ich habe Sonntag auch noch nicht einmal hier stehen gehabt. Einfach so. Aha, was mache ich jetzt als nächstes? Ich würde eigentlich gerne mich vorausbilden. Hallo, ihr wollt reisen? Genau, zwei Tage. Machen wir denn erst die Wüste? Hm. 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 Was können wir noch... Äh... ... in die Truhe packen? Hoffentlich wird die nicht geklaut oder so. Wenn das alles weg ist... Ei, 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 ei. Spiel speichern... Ob die Truhe safe ist, weiß ich nicht. Oh, ich hoffe, ne? Die zwei in deinem Schloss sind es aber... Ja, da könnte ich das natürlich auch hinpacken, ne? Hm. Mache ich vielleicht nochmal irgendwann. Wo soll ich... Hm. Ist das blöd, wenn ich jetzt gleich mal komplett bis nach Sonntag vorskippe? Dass wir einmal in die Arena reingehen, zumindestens, und dann nochmal ausbilden. Wird gerne ausgebildet und dann erst die nächste Quest machen. Könnten wir hier denn noch erstmal alles safen in der Burg? Ja. Sicher ist sicher. Wenn das halt weg wäre. Macht nix, alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal... zu Burg. Dann skippen wir nach Sonntag vor. Dann kann ich doch auch rein theoretisch jetzt erstmal so lange nach Sonntag vorskippen, bis ich da fünfmal drinne war und das geschafft habe. Müssen wir nämlich darauf nämlich nicht mehr achten. Hallo? Ihr wollt reisen? Und es bringt ja auch Gold. Es geht sofort los. Huch! Dann gehen wir zu los. Ah, die Drohnen hier, ne? Dass man da das auch nicht schneller reinlegen kann, das finde ich persönlich ein bisschen blöd gemacht, aber ja, war ja auch mit eins der ersten Spiele, ne? Ah, verklickt. Gut, jetzt ist es auf jeden Fall sicher, schon mal, aber viel wert. Double Speed Abfahrt. Speichern wir hier einmal und jetzt skippen wir vor bis Sonntag. Nicht komplett, müssen zwischendurch vielleicht mal schlafen. Jetzt werden sie müde sein. Ja, könnte ich sie ja eigentlich auch mit Schwäche heilen, ne? Oder? Es muss doch gehen, wenn ich jetzt Schwäche heilen mache. Sind sie ja wieder da. Wie ein Tag haben wir denn jetzt? Bei dem ist es ja fast eh egal. Oh, der kann da jetzt drauf gehen, wenn ich ihnen nicht jetzt die Schwäche heile. Nicht, dass er uns drauf geht, das wird blöd. Können wir trotzdem mal hier Schwäche heilen machen. Aber wir haben ja auch abgespeichert zur Not. Müssen wir das halt dann nochmal vor skippen. Jetzt haben wir Donnerstag. Sind sie gleich wieder müde? Aber einmal halten sie doch aus, oder? Oder auch nicht. Scheiße, wie viel kostet das? Und ich kann das nicht weg machen, ne? Oh, ich will auch noch vor skippen. So, hier konnte ich zweimal machen, ne? Ja, schlafe ich einfach. Ist ja nochmal ein Tag rum. Jetzt müsste... Jetzt müsste Donnerstag sein. Donnerstag, ja. Freitag. Freitag. Dürfen wir bloß nicht so weit jetzt. Samstag, richtig? Samstag. Und jetzt müsst ihr Sonntag sein. Ja. Zwischenspeicher, speichern. Hier rein. Wir haben zu. Ein Stündchen noch, bloß ein. Hallo, ihr wollt reisen? Ja, wir wollen jetzt die Arena komplett durchmachen, mein Junge. Attacke! Hey, wir müssen ja hier... Wir müssen ja hier hin. Erstmal sie hoch buffen. Komplett. Segen. Und... Äh, du. Ihr magisches Auge. Ah, speichern kann man hier drinnen nicht, stimmt. Da war was. Da machen wir einen Meister. Was sind das denn für die Viecher? Die... Ach, geht eigentlich, ne? Ja, so ein Feuergock. Und ne Wache. Wir haben ne Wache. Soll mich... Au! Mit einmal direkt weg? Die Feuerheinis sind natürlich... Die würde ich gerne zuerst wegmachen. Trinkt da Feuer was? Wahrscheinlich nicht. Au! Au! Ey, die gehen nur auf unseren Zauberer. Die Box sind Feuer im Mund. Ja, das dachte ich mir schon. Aber... Trotzdem nochmal ausprobiert. Hehehe. Oh, immer noch eingehen. Au! Jetzt sammeln sie sich da schön, damit ich immer nur einen treffen kann. Und beide gleichzeitig runter machen muss. Daau! Gleich wieder weg. Au! Ey. Treffen tun sie auch nix. Daau! Sie auch gleich weg, Paul. Der ist bestimmt wieder weg. Der ist bestimmt wieder weg. Und die kommen jetzt auch schon so langsam. Ey, das ist doch... Könnt natürlich auch auf ne andere Gruppen-Konstellation hoffen. Daau! Ich denke mal, die wird jetzt sterben. Daau! Ich denke mal, die wird jetzt sterben. Und die erst mal weg machen. Und dann können die uns eigentlich... Vielleicht gerade schon. Daau! Jetzt warten wir, bis das wieder hoch wird. Ich glaube, das geht trotzdem hoch, ne? Oder auch nur pro Runde. Wahrscheinlich doch nur pro... äh, pro Runde. War das schon alles? Äh, den erstmal. Vor uns die drauf geht. Ah! Oh, jetzt wird das wieder hoch. Und den noch wegmachen, bevor der auch angekommen ist. Natürlich nicht. Oh, der trefft aber gut. Ist zwar nur ein Kratzer. Aber kümmere dich. War das schon alles? Können wir die Wache hier noch mehr wegmachen? Kann mir mal jemand helfen? Ja, hätte ich lieber mal den Feuerzauber nehmen. Sollen. Au! Sie muss eigentlich auch nur die ganze Zeit hoch rein. Das ist auch nicht ganz so optimal. Au! Gut. Äh. Äh. Vielleicht. Den noch wegmachen. Von hier vielleicht. So. Die können ja auch im Ruf. Was soll da denn? Da, guck mal. Der. Die schützt mich vor denen gerade. Das ist ganz gut. Muss ich den vielleicht auch schon mal weg? Okay. Sehr gut. Jetzt kommen sie mir zu nah. Machen wir erst mal so. Ich will mich jetzt mal was versuchen. Wenn wir jetzt. Regeneration auf sie machen. Während wir. Ein bisschen weglaufen. Müssten sie trotzdem jetzt hoch heilen. Boah. Verschwert uns doch nicht den Weg. Auf wen gehen wir? Den würde ich sagen. Ja. Der war gut. Der wäre wichtig. Der wäre auch gut, wenn wir den schnell weg bekommen. Ein Schuss noch vielleicht. Aber ich glaube das sollten wir schaffen. Die Feuer. Typen sind noch ein bisschen. Unschön. Der nächste. Jetzt kommt wieder einer. Au. Ah. Ah. Dann sollen wir vielleicht nach da hingehen. Dann können die uns nicht treffen. Jetzt sind wir nicht von da und da geschützt. Kann die beiden vielleicht noch weg machen. Am besten erstmal den. Das war gut. Die sind meine ich auch. Bisschen Resistenz gegen Magie. Hätte ich doch vorhin gesehen. Da hatten sie mit Feuerstrahl oder Feuerball nur bisschen Schaden bekommen. Und wenn ich zugeschlagen habe, wesentlich mehr. Da zehn zumindestens. Den würde ich noch gerne hier weg machen. Ja gut. Jetzt verpisse ich mich hier erstmal wieder. Geh mal auf die andere Seite und versuche die hier hinten weiter zu machen. Hätte doch nochmal überleben können. Der ist ja auch gleich weg. Au. Können wir den jetzt ganz entspannt weg machen? Sehr klappt. Ist ganz gut. Soll mich das jetzt beeindrucken? Der wäre auch gut, wenn wir den weiter weg bekommen in der Gruppe oder so. Dann würde er die anderen auch gleich umhauen können. Kriege ich den da hinten von hier? Ne. Aber der ist ja auch relativ egal. Der kommt ja eh nicht hierher. Können wir entspannen. Eigentlich ist jetzt noch ein blauer ist noch da oder? Oder zwei? Ne einer müsste noch da sein meine ich. Ein blauer noch. Der Goblinlord kann noch Sachen verschießen. Und da ist noch der blaue. Der wird aber... Der schützt... Der Goblinlord schützt uns gerade davor. Das ist ganz gut. So rein. Guck mal. Und dann schützt jetzt der blaue uns vor dem grün. Heilen. Den hoch. Hätte ich vielleicht nur lieber heilen sollen. Jetzt kommen aber beide durch. Aus Sicherheitsgründen heile ich lieber sie hoch. Nicht, dass sie uns weg stirbt. Jetzt müssen wir den nochmal umhauen. Ich könnte den nicht nochmal schnell umhauen. Kriegen wir den nicht mehr. Aber der ist ja auch gleich weg. Alles gut. War das schon alles? Sehr schön. Und jetzt hast du den noch weg. Nein. Ja. Haben wir es geschafft. Noch den da hinten. Ach. Ich bin dann... Eigentlich bringt es ja nichts. War man es so gewohnt, ne? Haben wir doch ganz gut geschafft, denke ich mal. Ich bin ein richtiger Gladiator. 3.000. Sehr schön. Kann ich ja jetzt nicht nochmal. Muss ich erstmal raus. Ja. Ich würde sie gerne verlassen. Dann sind wir wieder hier. Speichern. Wichtig. Mach mir gleich am besten nochmal eine Arena. Das war jetzt... Ach. Es ist natürlich Montag, ne? Aber es nützt ja nun mal nix. Wir müssen das ja durchbekommen. Jetzt haben wir zwei. Jetzt müssen wir noch dreimal das Ganze. Dreimal das Ganze. Ja. Dann machen wir das nochmal. Ja. Ja. Sonnenaufgang. Jetzt ist Montag. Alle noch fit. Äh. Sonnenaufgang. Jetzt müsste... Äh. Jetzt ist Dienstag. Mittwoch. Müsste Mittwoch sein, ne? Ja. Sonnenaufgang. Schade, dass man jetzt hier nicht sagen kann. Einmal bis... Äh. Wollte ich sagen, bis... Sonntag durchschlafen oder so. Freitag. Zwei Tage noch. Sonnenaufgang. Und... Noch eine Stunde rauf. Jetzt haben wir Samstag. Alle noch fit. Und jetzt haben wir Sonntag. Jetzt haben wir Sonntag. Richtig. 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 Wir speichern. Wir speichern. Speichern. Sonst alle müde, aber das ist egal. Hallo. Hallo. Jetzt habe ich zwar mit dem Falschen, aber... Gold bekommen wir ja sonst gleich wieder rein. Archer. Geister. Und Katze. Ah. Nicht ganz so schlimm. Würde ich es jetzt behaupten. Zwerge weiß ich nicht genau, was wir so drauf haben. Zumindest schießen uns keine von der Ferne ab. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Ach. Da, du lebst. Scheiße. 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 Ich könnte ja nicht mehr machen. gerade habe ich... Ah. Au. Es ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Den schaffen wir noch, bevor die hier da sind. Hätten es Bogenschütze. Den müssen wir vielleicht. Einmal heilen. Ah, wir haben uns nicht hochgebufft. Egal, der ist nicht so wichtig erstmal. Jetzt können wir uns um die hier kümmern. Alles die gleichen? Ja. Jetzt betrotzt mal die Waffs nach. Zumindest im Hellentum. Oh, die halten recht viel aus, ne? Und halten bestimmt ganz gut auf nahe Distanz. Oh, noch mal gut umgehauen. Entschuldigung, den bringen wir doch auch weg. Ja. Jetzt den schnell wegmachen. Oh, magisches Auge wäre nochmal nett. Nicht, dass wir überrascht werden von irgendeiner Seite. Äh, Zauberbuch, magisches Auge. Ah, siehst du nämlich, viele sind hier oben schon. Aber ich glaube, die treffen uns nicht. Auge haben wir den auch weg. Denken wir den von hier? Denke nicht. Denke eher nicht. Aha, da können wir uns mal hier hinstellen. Wäre eigentlich besser, wenn wir den hinbekommen, ne? Aber gut, der ist jetzt erstmal weg. Die sind mir jetzt zu nah dran. Dann gehen wir hoffentlich den noch mit und gehen hier in die Ecke rein. Ja, das war gut. Dann gehen wir in die Ecke rein. Versuchen wir uns von hier. Geister würde ich sagen, zuerst. Dann gehen wir in die Ecke rein. Heilen, ne? Die könnten wir mal heilen, aber sonst sieht es im Moment noch ganz gut aus. Der haut schon ab. Ist gut. Irgendwelcher. Den, machen wir den als nächstes weg. Der ist doch jetzt auch gleich weg. So, schon bevor du ankommst. Und den auch noch, bevor er ankommt. Ich habe auch das Gefühl, dass manchmal die besser treffen, wenn man die schnell hintereinander macht. Ah, auf nahe kann ich mir vorstellen, dass er da recht stark ist. Wo hat denn der da oben? Der ist ja komplett verloren. Oh, jetzt haben wir nur noch die Bogenschütze. Eigentlich haben wir den falsch schon gewonnen. Ach der, der da oben ist egal. Wo sind Bogenschütze? Da ist ein Bogenschütze. Auch noch ganz gut animiert mit dem, ne? Dass er da den Pfeil schießt und so. Und zieht. Ist ein stärkerer? Kommt, die beiden noch, bevor sie da sind. Oh, der ist noch ein Geist. Dann gehen wir doch mal ein bisschen weg. Und zwar... Hier hinten. Würde den nämlich in Ruhe wegmachen. Dann den... ...Zwerg. Der müsste doch echt anfällig sein für... ...Feuer. Oder für Zauber generell. Der Geist, der gehe ich lieber weg. Nicht, dass der uns irgendwie verzaubert. Obwohl wir echt viele... ...Gegenzauberer-Zack-Pfler haben, ne? War nicht ganz gut, fand ich. Gut, da haben wir jetzt nur noch... ...ein, meine ich, oder? Oder haben wir alle schon? Ah, wir haben alle geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Preis annehmen. Wieder 3000. Müssen wir das nur noch zweimal machen? Wir haben keine Äpfel mehr. Müssen wir kurz mal Äpfel kaufen. Gold, ey. Wir sind so viele Level aufsteigen können danach. Wollt es das alles leisten können? Ich weiß nicht. Hallo? Ihr wollt rein? Welchen Tag haben wir denn jetzt? Der hat mal... ...ääh, ist das immer Montags? Spiel speichern, zack. Äh... Ist so ein Aufgang? Einmal heilen. Dann... Ist so ein Aufgang. Jetzt müsste... ...Mittwoch sein. Jetzt müsste Donnerstag sein. ...ein, also... ...Mittwoch sein. ...und... ...Mittwoch... ...Mittwoch sein. Dann... ...Mittwoch sein. wir speichern und drinnen da ja sehr gerne essen reisen essen reisen und spinnen mönche ledermäuse machbar auf jeden fall würde ich sagen definitiv machbar monk was er denn die bin kein gangster kein killer ich bin die es zwar nur ein kratzer aber kümmere dich drum natürlich zu viele ist zwar nur ein kratzer aber kümmere dich doch machen ja nicht wirklich viel schaden wir müssen wir doch recht gut hinbekommen dass wir den noch weg machen ja das war schön möglich auch um 12 schüsse aber gut ja den dieb noch würde ich noch gerne weg haben vor uns ja alle verzaubern werden wir erstmal hier in die ecke kommen wir uns hier ganz in ruhe um die leute sind nur zwei stück kommt schon überlebt die runde noch bitte nein er will jetzt da oben schon angreifen müssen wir in die ecke rein wird es nun mal nix ab in die ecke der nächste der nächste hoho da jetzt so ein massenzauber drauf haben kann ich hier nicht später auch so eine massen es gibt auch so eine flächen groß zauber die kann ich doch rein theoretisch in der arena auch loslassen in höhlen geht das nicht meine ich aber hier müsste das doch gehen das ist doch eigentlich ein ganz guter zauber hierfür die kann ich da auch ganz gut weg machen und hier mache ich jetzt als nächstes den mönch noch weg der mönch ist wahrscheinlich schon weg ne ne warum ist er denn noch da hinten ganz was zauberte er denn die ganze zeit auf uns jetzt muss ich eigentlich nur noch da oben ganz entspannt weg machen wenn ich die denn treffe aber eigentlich muss ich sie ne ja eine ganz gute taktik so ein bisschen auf die mönche achten ich denke dass sie die ganze zeit meine stärkungs sauber versuchen wegzumachen aber das ist ja nicht so schlimm haben wir ja nicht drauf dass die nicht mehr herankommen hätte ich ja gedacht aber auch gleich alle beide alle oben weg gemacht den noch da schießt er noch mal schnell drauf lass noch eine fredermaus die beschließen wir gleich noch mal mit feuer der ist auch weg der kann auch nicht viel ab meine ich das war eigentlich bis fertig eine klasse runde manchmal sind die soundeffekte finde ich aber dann doch ganz gut so dieses zustecken von dem von dem dieb hier finde ich eigentlich ganz gut der nächste auch weg oder nichts getroffen davon jetzt aber gut den mönch weg machen die spinne schaffe ich eigentlich auch noch bevor die hier ist da müsste das feuer eigentlich recht effektiv sein oder ja auf jeden fall ganz gut schaden gemacht eigentlich nur vier könnte ich sie auch so weghauen aber experte bist du doch schon ne ja oh hier guck mal die ganze rüstung muss ich mir anschauen ich hab's zumindest versucht so gut wie neu ist es bei dir irgendwas bei dir irgendwas nein irgendwas in den taschen auch nicht das wird nicht wieder ganz gut aus wie ist es auch wenn man einen roten umhang hat dann sieht man das gar nicht ob das jetzt defekt ist oder einfach nur die farbe rot ist und goldtechnisch ist das natürlich auch nicht zu missachten einmal arena noch wie dankeschön wir sollten woanders rasten war das da gerade gelb es kann sein dass die hier wieder da sind ne boah da hätte ich ja keinen bock zu bis an aufgang dann ist jetzt jetzt ist dienstag jetzt ist mittwoch donnerstag freitag ja das ist freitag einmal ruhen kostet zum glück auch gerade nur einen apfel das ist auch komisch dass es mal unterschiedlich kostet ne und das verliegt auch irgendwie vielleicht in den tagen oder so hm welcher tag war jetzt freitag das ist jetzt samstag sonntag sonntag ja die speichern hallo ihr wollt reisen ich würde sehr gerne reisen mal wieder in ihre arena so er muss auch der nicht so gescheuert aus wartet die ganze zeit vor vorm rein stellen bis er mal wieder in die arena kann hallo baum baum oha das könnte die schwerste gruppe sein direkt tot direkt tot direkt tot direkt tot ist sie so das ist die schwerste gruppe glaube ich das werde ich nicht schaffen ist zwar nur ein kratzer aber kümmere dich drum das schaffe ich glaube ich nicht wunderbar das schaffe ich jetzt diesmal nicht das schaffe ich jetzt diesmal nicht oh ne 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 ich glaube das wird diesmal nix äh wenn sie schon tot ist jetzt da suchen wir und gucken wir nochmal dass wir eine einfache einfachere gruppe bekommen ich würde mal wieder sehr gerne reisen sieht gar nicht so gefährlich aus das sagst jetzt oh ich glaube ich glaube die gruppe ist besser ne die gruppe können aber einfach sein mich schon wieder vergessen zu waffen soll mich das jetzt beeindrucken da 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 natürlich auch die ganze zeit den menschen ne fall doch um wichtig wäre es gewesen na gut na gut da oh nein es ist schon wieder passiert da scheiße ist es vergiftet ja können wir aber gleich heilen das ist nicht ganz das Problem jetzt ist glaube ich besser wenn wir auf den gockling machen dass der denn explodiert scheiße schleim schleim ist gar nicht gut weiß ich nicht ah der ist immun dagegen ne vergessen aber der ist gleich weg ne muss ich jetzt erstmal gift heilen machen schwächen verletzen heilen gift heilen da ja jetzt treffen wir gerade noch sie ja äh die spinne ja gut wenn wir den noch weg bekommen bevor der schleim da ist ja kriegen wir den dieb noch weg ja wir können ja nochmal wieder kommen nee das schaffen wir da schaffen wir da schaffen wir wachen äh ich dachte die ist dran ich glaube dass die zauber von dem grad nicht durchkommen ne soll mich das jetzt beeindrucken soll mich das jetzt beeindrucken scheiße mal auf die andere Seite erstmal auf die andere Seite erstmal hochheilen da ist ja der schleim scheiße soll mich das jetzt beeindrucken äh jetzt stehen sie grad echt ein bisschen blöd alle alle sind grad niedrig wenn ich soll mich das jetzt beeindrucken mal auf die andere Seite Die muss ich wegbekommen Was kommt hier als nächstes? Ja, den muss ich auch noch gut wegbekommen Sehr gut Ah Irgendwo sind noch Blobs und so Da komme ich nur mit Zaubern weiter Ich weiß nicht, ob der Macht der Schaden? Nein Der macht auf jeden Fall Schaden Vielleicht wenn wir einen Nervenschock nehmen Machen wir dann Schaden Auch nicht Kann nur unser Magier helfen Was wird den schaffen? Au Ja Gut Ah, das sind drei Grüne auf einen Haufen Gar nicht geil Und hier sind noch die Blobs Aber wir könnten jetzt versuchen, von hier Die Grünen wegzumachen Läuft die anderen auch eigentlich nicht hinterher kommen Soll mich das jetzt beeindrucken? Doch Heilen Sie erst mal hochheilen Ja Das war nicht so gut Komm Ey, es ist jetzt nur noch ein Treffer oder so Oder zwei War das schon alles? Soll mich das jetzt beeindrucken? Triffst du mich von da oben? Ich hoffe nicht Beide nicht getroffen Ist zwar nur ein Kratzer Aber kümmere dich drum Und hochheilen Gut, jetzt sind doch nicht alle wieder ganz gut Oben Auf weg Nice Die Blobs Die Blobs kommen hier rüber Dann machen wir jetzt hier hinten Erst mal ganz in Ruhe Die beiden Alles Auch zwei Drei Machen wir von hier jetzt ganz entspannt Euch beide Und war das schon alles? Jetzt sind Blobs Wäre noch ein bisschen dauern, bis wir den schaffen Das ist auch jetzt die letzte Runde hier Was ich sehr gut finde Die kann ja eigentlich mal nebenbei zumindest ein bisschen heilen Damit alle schön bei oben sind Äh, jetzt nur noch Einmal treffen vielleicht Sehr gut Den noch Den müssen wir aber eigentlich recht fix wegbekommen Er ist zumindest nicht gegen Gogen oder sowas im Mond, ne? Ein Club ist aber, glaube ich, noch da, oder? Ja Stellen wir uns von hier aus Können wir den doch ganz gut schaffen Also langsam hat er nämlich auch keine Mana mehr Oh, den wollte ich gar nicht hinterher schicken Wäre ganz gut, wenn er Weg ist oder zumindest abhaut Bevor er hier ist Dass wir dann konstant Und so noch auf die drei konzentrieren müssen Die würden nochmal gut Schaden machen Ah, scheiße Ah, schon wieder Gedankenschock hinterher gepackt Zauberer Könnte Ist dran Ja, gut Ich glaube, sie sind so nervig, wirklich Da brauche ich auch nochmal andere Zauber für die hier Dass sie da zumindest auch rauf Räumeln können irgendwie Ich glaube, nicht nur Feuer, ne? Wasser und Luft kann da auch Solange es ein Element ist, glaube ich Können Können die das Treffen, meine ich Es gibt doch auch den Zauber Dass die Waffen verzaubert werden, ne? Schwerter, zum Beispiel Kann man doch mit Feuer belegen Dann könnte das doch sein, dass man die damit auch treffen kann Wäre mal eine Sache wert, vielleicht Aber noch sind es ja nicht unser Hauptproblem sonst Bei den Quests haben wir die ja eigentlich nicht, meine ich Noch nicht, jedenfalls Wo wir irgendwo hin müssen So, jetzt nur noch die drei Leben sieht gut aus Nehmen wir uns erstmal den hier vor Ist irgendeiner von denen abgehauen? Nein Wir könnten uns auch einen Goblin nennen Oh, da bin ich aber gut ausgewichen So, jetzt schnell hier Der hat einen Trank fallen gelassen Die können doch Sachen fallen lassen Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Der ist weg, glaube ich, jetzt Oder? Nee Die ist gleich weg Jetzt können wir ihn nochmal hochheilen Ich denke mal, zweimal heilen kann sie Locker noch Nein Ich hoffe, ich hoffe... Der Nächste Ja Soll mich das jetzt beeindrucken? Komm Auch weg Zu Masist den Au! Ich brauch nicht einmal mehr hochheilen Denk ich Doch Haha Warum dachte ich das denn überhaupt? Au! Ich hab da quasi selber herrufbeschworen Dass noch einer drauf geht Oder K.O. geht Yes so dann sammeln wir doch mal alles auf weil hier kann ja doch ja manchmal was liegen sicher ist sicher weiß nicht ob vielleicht nur bei den clubs was liegen bleiben kann sonst haben wir ja noch das schiff gemacht ist doch auch nett das gute ist wir sind jetzt hier durch und müssten eigentlich hier nicht mehr rein und können uns jetzt endlich weiter ausbilden bin ich auch mal gespannt wie hoch wir jetzt kommen im level